Hallo bei Reisermusik. Ihr wolltet more cowbell, ihr bekommt more cowbell. Bei den Q-Glocken gibt es verschiedene Größen. Von 5,5 Zoll, 6,5 Zoll, 8 Zoll kann man verschiedene Q-Glocken finden. Viele fragen sich, wie wird die Größe dort gemessen? 8 Zoll bedeutet hier zum Beispiel die Länge der Q-Glocke. Hier unterscheiden sich die Q-Glocken allerdings dann auch durch etwas weitere, größere Öffnungen oder etwas schmälere Öffnungen, was sich klanglich dementsprechend auswirkt. Die kleineren Q-Glocken klingen eher etwas heller. Die 8 Zoll Q-Glocken haben etwas mehr Volumen und sind druckvoller. Die 8 Zoll Q-Glocken